Wer bin ich? Mein Name ist Nico Möhr, ich bin 33 Jahre alt, kein Rollstuhlfahrer. Ich habe seit Kindesbein eine Skoliose, das heißt, meine Wirbelsäule macht nicht den normalen Knick, wie üblich bei normalen Menschen, also körperlich normalen Menschen, sondern meine Wirbelsäule ist S-förmig. Ich habe aber auch trotzdem Hobbys, die sich auf geschichtlicher Basis beziehen, also eins meiner Hobbys ist Geschichte. Bin aber auch als Hobby-Kartrennfahrer gerne auf Carp-Bahn unterwegs und fahre da meine Runden und habe da meinen Spaß. Und seit Anfang dieses Jahres betreibe ich auch einen YouTube-Kanal, der sich der Rolli-Kämpfer nennt. Bis zum nächsten Mal.